Mein mein meine lieben und herzlich Willkommen zurück hier bei Ziphorus. Mit dabei sind JD, Juna und Wuschel und natürlich meine Wenigkeit. Heute werden wir in, hallo Frühsport? Wir werden heute in die Höhle gehen. Ich sehe, sie bereiten sich schon mal seelisch darauf vor. Damit die wieder wegrennen können, wenn dann die Einheimischen in den Höhlen kommen. Okay. Ich kann glaube Licht ausmachen, ist hell genug, ne? Ja. Schnee. Dann wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das ist immer schlecht. Wenn der Speicherstand dann auch erhalten bleibt. Ist ja unglaublich. Nicht nur erhalten, auch wieder zu finden ist. Leute, die ziehen mich jetzt damit auf. Eine Stunde. Ich ziehe gleich um. Ich ziehe hier gleich weg, weißt du? So unglaublich hier mit denen. Du kannst doch gar nicht ohne uns. Ja, das stimmt. Macht einfach einen neuen Spielstand auf uns. Hm. Wollt ihr das? Wollt ihr das? Hä? 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 Wohin laufen wir denn? Ich würde sagen, wir stimmen ab, oder? Ob wir das wollen? Also ich würde sagen, wir gehen mal, ähm, am Strand lang. Ja. Da sind wir auch schon mal lang gelang. Äh, wir brauchen aber noch eine Taucherausrüstung, damit wir mal irgendwo fest. Wie ist das unter Wasser die Höhlen erforschen können? Wie du hängst und wie das heißt? Ja, nicht. Ich bin ausgerüstet. Äh, hier bin ich. Alles gut. Keine Sorge. Hier können mich alle berügen. Also Druckluftflaschen habe ich. Was? Aber... Ja, die Flaschen, aber die Ausrüstung nicht. Ach so. Ja, gut, dass ich auch wieder war. Okay, dann lass uns mal laufen. Ja. Oder meint ihr andere Richtung? Die Richtung. Hallo. Die Richtung, okay. Hallo. Oh, das ist ja viel Fisch. Hier, guck mal. Ja, die hab ich ja gesammelt. Er denkt dran, bevor ihr loslauft, voll mit essen und zu trinken zu sein. Und schon rennt Pinky wieder zurück. Dillü, Dillü. Wie meine Mutter, bevor wir losfahren. Geh nochmal Pipi machen. Hast du Hunger? Bist du müde, soll ich ein Kissen mitnehmen für deinen Korb? Das hat sie immer gemacht, wenn wir zur BULD, also zur Kinderklinik, gefahren sind. Hat sie immer geguckt, dass es mir gut geht, damit ich ja ruhig bin, während sie sich aufs Fahren konzentriert. Ja, auch richtig so! Au! Ja, das war zu spät, ne? Kann mich einer schieben? Mhm. Seid nicht hier schon alle, hier sind ja schon alle weg. Nein. Oh, hier, Klamotten! Stoff, Stoff, Stoff! Wer hat sich denn am Strand hier ausgezogen? Na du! Ha, das war wohl nix! Nudel! Ich wollte, ich wollte es zu machen! Oh, hier, Entschuldigung, Leute! Futter! Ja! Oh, yeah! Kommen Sie an den Strand! Ja! Was? Kommen Sie! Was passiert? Ich denke, das ist eine mehr. Oh, noch mehr! Oh, oh, oh! Ja! 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 Hallo! Hallo! Du grausam! Hallo! Hallo! Ach, danke! Was ist das denn hier? Eine Dose? Ah, was soll trinken! Cool! Noch einen Kopf! Was? Wo ist was zu trinken? Was war hier dazwischen? Hier! Warte! Hier! Und noch eisgekühlt? Ja, eisgekühlt! Danke sehr! Ach, nee, wir haben das alle! Ja, doof! Schitz! Ja, wir haben das... Sei denn, wir sind voll, dann lässt das ja wieder fallen, dann sind's glaube ich alle! Echt gesprünnen! Danke! Das sind Haie! Also, wenn du Wunden hast, sind das Pflaster am besten ab! Wir mögen nämlich keine Pflaster! Äh, da steht einer! Pst! So laut! Sehr gut habt ihr das gemacht! Sehr gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jetzt ist er tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wollt der bei euch auch ins Wasser? Ja! Mhm! Ja! Und weg hier! Okay! Ja! Hey! Bleib bei uns! Möwe! Ach! Du verrückst du hier! Äh! 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 Komm her Möwe! Ich! Will dich! Von mir ist gerade ein Koffer herumgeflogen! Nein! Das ist mein... Ey! Das ist mein Zuhause! Guck mal! Sehr schön! Hier! Ich hab einen Besucher für mich! Ja! Ich hab auch was mitgenommen! Was? Ja! Da ist ein Wasser! Seepfältchen gemacht! Hallo! Was macht sie denn da? Ich hab versucht die Koffer wieder rauszufüllen, weil hier sind ganz viele im Wasser! Hier ist noch einer! Moment! Fischi! Guck mal Fischis! Oh Batterien! Hier sind Batterien drin! Oh cool! Oh! Batterien! Yeah! Fischis! Aber die Wüße muss jetzt nicht sogar hin! Na toll! Fischi! Dori! Dori, komm! Auf mein Spieß! Komm her! Hey Fischi! Fischi! Ah! Ich fäng die da hinten nicht! Oah! Wieder Stoff! Und Alkohol! 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 Ja! Ja! Auf wolle! Alkohol! Auf viele Fischis! Warte mal! Kann man die mit nem Bogen äh... Wuschel! Du bist so weit weg! Das ist total schön, ne? Hier! Oh! Aber unter Wasser sieht man sie nicht! Du kannst sie mit nem Pfeil äh... abtöten! Abschießen! Ehrlich? Ja der nimmt doch... Ah nein! Hab ich grad gemacht! Hier! Sieh das wenn ich einen erschieße! Von... Wir suchen einen Dungeon zu... Wir fischen äh... Mit Pfeil und Bohm! Ah! Gerade ich kann nicht... Mann ist das ein riesen Anker! Okay! Die sind... Jetti komm! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Schneller! Schneller! Komm schon! Komm schon! Ich hab keine Zeit! Oh! Ja! Das ist ein riesen Anker! Da hast du recht, Juno! Oh! Hier! Oh! Oh! Oh mein Gott! Okay! Zwei Marshmallows! Ich will sie haben! Nein! Ich hab keine Pfeile mehr! Ich will die Marshmallows! Vergiss es! Hier ist Klebeband auf dem Schlafsack! Ja! Hab ich gesehen! Alter Marshmallow! Ach ne! Klebeband! Ist da was drin? Nee! Das sieht so cool aus! Als wenn er schlafen gehen will! Ja! 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 Ich hab leider meine Tage wie man hier so unter mir ein bisschen... Ja! Okay! Dann gehen wir mal! Sag mal! Man muss doch niemanden alleine lassen! Nur weil er seine Tage hat! Ja! Dann hast du deine Tage und äh... Ja! Genau! Lassen wir das mal! Schlechte Laune und so! Ich spiele die Hälfte vom Reh! Ich spiele die Hälfte vom Reh! Musche wird angegriffen! Begründet euch doch mal! Ich hab euch nichts getan! Ist das klar? Ja! Mann! Nicht mal ne freie Minute! Einer weniger! Die rennen weg! Äh, die rennen wieder weg! Ich hab einen gekillt, ja! Ja, die haben gesehen wie stark wir sind! Ich hab aber kaum aufgehoben! Ein Tölnchen! Ein Kletterturm! Juhu! Ein Kletterturm! Oh, hier sind auch Fische! Oh, geil! Ich kletter auf den Torm! Oh, das sieht so toll aus, Leute! Nimm einen fallenen Bogen! Nein! Ich will sie nicht töten! Guck, 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 guck weiter ins Wasser! Nein, Pinky, guck weiter ins Wasser! Okay! Ich hab den Bogen gezogen! So, Onja! Pass auf! Zack! Ja! Hast du einen erwischt? Ne! Hast du nicht! Oh, oh, oh! Was ist denn das für ein Viereck? Sind das Kontinuier? Äh, ähm! Komm, ein schöner Fisch! Im Wasser! Ja! Kein Riesenfisch! Ein riesiger Fisch! Oh, ne, ey! Wo ist jetzt mein Pfeil hin? Kann ich den irgendwo wiederholen? Ah, das ist mein Pfeil! Was war denn hier oben? Gar nichts! Wir kennen die beiden nicht! Ja! Ey, Leute! Geht doch nicht ohne uns! Yes! Ein Vogel! Unglaublich! Hier sind noch Poppa! Hier sind Poppa! Oh, ja! Stopp! Okay, cool! Stopp! 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 Hier, hier, hier! Hier, guck mal! Komm, Schildi raus! Schildi! Hallo! Zack! Oh, yeah! Headshot! Oh Gott! Für die, die jetzt zusehen, ihr wisst, was jetzt kommt! Dam, dam, dam! Ansage an alle! Dam, dam, dam! Wir werden keinen Dungeon erreichen! Dam, dam, dam! Wir schießt und rennen irgendwie herum! Ich lauf mal zu den Containern! Ach, lass ich auch! Leute, hier sind noch mehr Schildis! Das interessiert mich aber nicht! Lass die Schildi schildi sein! Na, das Schild lass ich gerne liegen! Wo ist der Stoff hin? Da! Den will ich! Danke! Stoff! 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 Die Spakete sind da! Echt?! Was gibt's für Pakete? Gut, dass wir nicht die Besteller waren! Der mal vor, du wartest jahrelang auf deinem Paket und stellt sich heraus, dass jemand anders auf dem Strand, äh, einfach deine Pakete öffnet. Oh! Zum Strand. Und dann überleg mal, was drinne ist! Oh, nie hesseste Dinge! Ah! Okay. Du bist ein bisschen verrückt, oder? Nein! viele sachen drin eine bestellliste ist hier drin kann man sie angucken da haben wir da haben wir fenster wollen wir fenster haben und du wirst hier niemals ok hier ist nix drin doch eine schickbräte ja die hinteren fest aber das ist nicht interessant oh gott ich weiß wo wir sind wir sind an der ecke wo ich mit nemmi und nini gebaut haben da vorne da wo wuschel ist da haben wir unser wasserhaus gesetzt hier ist unser haus auf dem stream speicherstand vom mehrspieler jetzt weiß ich ja genau hier ja die küssen jetzt erstmal das lagerfeuer ok aber jetzt mal ganz ehrlich man könnte aus vorerst ein geiles online spiel machen also so ein sage das es gibt ja auch diese server wo viele menschen drauf sich gegenseitig nicht kennen das habe ich kurz vergessen da lacht schon wieder einer so verrückt die haben unser essen geschnuppert das ist ja schon tot ehrlich mal ich wollte nur hier oben gucken was es hier so gibt weiß ja nichts ne ist auch nichts ne ich bin hier ja du bist mir ja nachgekommen also was ist los wir kommen gleich wieder an die eine höhle wo wir schon waren hörst du musik wuschel die kann ich nicht hören warum hör ich denn die nicht ist ja verrückt hast du viel schlamm in den ohren ja ich gehe ja schon duschen ihr musst zum heiznasen ohrenarzt der fisch dir das da raus lauf mal direkt hier zum dorf jo ich komm mit doch ich lauf hier über die steine läuft aber nicht mehr alter du bist ganz schön frech was geht mit dir was was wo ist mein pfeil hin ja vor allem ich habe auch nur noch einen pfeil ja das ist traurig ja wenn mir hier keiner stöcker gibt kann ich diesen stock aufheben und nicht diesen stein stock oh seile sind da drin die nehme ich oh geht nicht mehr voll oh ich will mehr seile bauen ich habe beide oh mehr geht nicht gucken wir mal ist hier noch irgendwo was oh wer wollte denn hier schlafen mal kurz speichern hier stimmt 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 hier waren wir schon mal ja wenn wir noch weiter gehen da hinten bei den körpern wenn ich jetzt hier geradeaus gucke das ist das waren wir auch schon das mit anderen worten wo sollen wir denn mal dann hingehen wenn wir geradeaus rüber gehen waren wir das schon aber wir waren noch nicht links nach lang gegangen ja links waren wir noch nicht ne geradeaus waren wir schon aber ich habe keine ahnung wo bei euch links und rechts und sowas ist da sind wir drüber gelaufen hier 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 da wo wir jetzt hingucken da geradeaus sind wir auch schon hingelaufen wirklich war das noch federn stöcker und für was pfeile pfeile sind nur federn und stöcker du musst aber mehrere federn für einen pfeil haben ja und jetzt ich gehe mich hier nicht aus und da oben ja gut das ist ja die eiswelt da brauchen wir ja äh warme klamotten also quasi ich glaube rehfell oder so pfeile 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 wo wir schon drin waren ich sehe da eine schöne richtung oder nichts war auf der anderen seite wo ihr dahin lauft und dann rechts rum nicht links ganze rechte seite dann da lang dahin das ist aber links ich gehe schon ach so es gibt auch krokodile lasst uns krokodile krokodile töten wir wollten in einen dungeon leute lasst uns in dein dungeon gehen oh mein gott hier ist ein krokodil ich wusste ich wusste es wir werden niemals hinein oh mein gott ich frag mich warum sie überhaupt deine sie deine ganzen folgen gucken ich glaube nicht dass sie wegen dem spielspaß von uns das gucken sondern eher von deinen geräuschen ja wie ich die tierchen töte hast du da noch einen ja bevor es eier legt bevor es eier legt komm schon ja 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 schmerzmittel und stopft bei mir wo fleisch ich auch nicht ja nicht ich auch nicht okay dann müsst ihr was hier lassen ist irgendwas passiert bei dir? nö nö was? nö kommt ihr zu mir? zu dir? ja hier ist ja stoff und schmerzmittel oh ja 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 doch schlafmittel stoff stoff wir haben zäh stoff hat da jemand von euch ne taschenlampe? ja das ist wuschel oder? nein das bin ich hörst du das? das poltert hier doch oh Gott oh mein Gott oh 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 proberdeal hinter euch ja ähm ich versuche da gerade runter zu gehen klappt aber nicht oh ja jetzt ist die frage jetzt ist die frage äh komm wir wieder weiter oder was ist mit wuschel? money 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 oh mein Gott leute so viele koffer ja wo? zu gerade da oben? ja oh oh fuck oh mein Gott oh mein Gott er war auf einmal dieses Krokodil vor mir und reißt seinen Maul auf da da ist er oh die scheiße ey ja ich meine natürlich es schläft jetzt tief und fest und so genau ja es ruht sich aus hier sind nochmal batterien ich streiche seinen kopf ein wenig damit er sich beruhigt wie man sieht möchtest du dir möchte jemand anders den kopf halten genau weg nein danke nein 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 mhm ich kann Kleidung ändern die Fliegen stinken hier hast du dich nicht gewaschen nein stink ich etwa oh hier sind noch mehr koffer ich öffne mal Schmerzmittel also Medikamente und Stoff Alkohol und Stoff also ich sehe hier nur Stoff drin ja bei mir hier sind die Backup-Pilze ja die habe ich gerade leer gemacht da war nur Streile ich steuern wo du stehst ist trinken so hier sind überall rot was sind diese roten Büsche hier ja aber das ist doch eklig das Wasser das müssen wir doch kochen ja das ist doch nicht runter na gut wenn du das sagst hast du ein bisschen dümmen pfiff dann für eine Woche aber oder so mhm in der Woche ja schön da igitt ja also eine Woche ist ganz schön lang ja also Titten mach ich nicht mit oh hier eine Riese oh mein Gott oh mein Gott guckt euch mal dieses Ding an ja die sind ja Wacki Titten was ne die Wacki Titten die sind ganz cool von beiden so aus und ich entschuldige mich nochmal für diese Ausdrücke in ihren Videos Hallo sie wählen immer interessante Ausdrücke um bestimmte Sachen zu wenn man von anderen Ufer ist darf man nachsagen achso ja na dann komm her wabbel la 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 au 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 hab ich deine Freundin angemacht oder was uuuhuuhu komm mal einer rennt weg au 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 leut ach komm ich ich schlapp ich schlapp achso 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 ja man müsste echt so eine Folge machen in der man nur wirklich hört mhm ein Hörspiel des anderen kletter euch auf den Baum du Affe du noch mehr du Limmel wo ist ein JD hin? Ach da unten hier ist ein Wasserfall sehr hübsch siehst du wir kämpfen hier weißt du und er er haut ab das ist wenn wir uns hier irgendwo so ein Ferienhaus machen Ferienhaus ja mhm ok in der kalten oh das sieht ja auch geil aus hier mit dem Schnee oh musst du dich aber immer warm anziehen und juna hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ich geh ja schon rückwärts er will unbedingt dich haben aber erst dich anspringen ja schon klar nein hat er gar nicht wie schön ja hat er nicht mein Gott schön nicht hier ist ein äh Rädchen oder so wow ist das schön wir sind zwar oh mein Gott ist das süß ist das süß hier lass mich dich umbringen oh ist das süß lass mich dich umbringen guck mal was ich hab wo denn was 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 ein Waschbär hab ich auch das ist ein Rädchen ein Waschbären die waschen sich aber nicht ja aber trotzdem halten sie so ja ich will nicht die waschen ja du bist ja ja ich habe mich gewaschen wenn wir das sauber ist irgendwas hier ist wieder ich brenne ich habe das gefühl euch helfen zu müssen ich habe das gefühl du hast da irgendwie so einen tot kopf auf dein jd lustig du stehst na jetzt sitzt du wieso jetzt stößt wieder was ist los war es ein traum war es alles bloß ein traum das war alles so ein traum ja nicht in mein gehäcksel ein mann ja doch ich muss ihn töten der hat wo ist er denn da so lieg so liegst du gut so ja ich habe hunger genau ja das auch sollten wir mal ein feuerchen machen ja dann dann da wo ihr am besten seid oder ja ich bin schon hier so dass wir alle das an machen das ist gut so ich habe mein fleisch draufgepackt was ich hab da hinten kommt was guckt mal es krabbelt sei vorsichtig töd ist hab ich doch schon essen ja so ich habe was draufgetan ach ja kennt einer ein lagerfeuerlied oder so der titel sagt mir nichts also ich bin satt also ihr könnt euch das alles nehmen ich bin auch satt jetzt und sauber machen so hier ist noch fleisch drauf unglaublich hier so da wir ja jetzt hier alle zusammenstehen müssen wir wieder die folge beenden und sehen uns dann ja es wird zeit leute wir gehen dann mal ja dann bis zur nächsten folge wenn es euch gefallen hat wie immer dann wisst ihr ja tschüss